Was hast du dir heute gemacht? Ich habe geholfen, Schäden zu bauen, wo du dausende von Kanne in die Edukation kriegst. Ich bin UNICEF Global Parent. An dir helft alle Menschen nicht nur mit engen Kanne, mit ganz vielen Kanne überall auf der Welt. Leute wie dir und ich können mit UNICEF den Unterschied machen. Ihr werdet gesehen, dass wir alles zusammen können erreichen. Hier an UNICEF.